Hi, hier ist wieder euer Franco Ranger. Ich zeige euch heute was. Und zwar geht es hier um meine coolen Patches. Die habe ich die Woche mal per Post bekommen. Bestellt waren sie schon länger und ich finde sie ja ultra geil. Jetzt kann ich hier endlich mit meinem eigenen Abzeichner rumrennen. Ich habe mir fünf Stück von diesen geilen Patches anfertigen lassen. Zwei Stück davon trage ich hier auf meiner Jacke. Eins kommt auf den Rucksack, eins auf meine EDC Tasche und das fünfte ging an die Designerin. Vielen Dank nochmal hierfür. Und wenn wir schon dabei sind, bei dieser Gelegenheit vielen Dank nochmal an Hans Hans. Das ist ein Koburger Geocacher. Der hat so eine Aktion gestartet. Die ersten Teil, die sich bei ihm auf der Seite per Kommentar melden bekommen, diese Teil Bücher. Einmal der Fränkische Gebirgsweg. Einmal der Kelten Erlebnisweg von Südthüringen über die Hasberge bis zum Steigerwald. Und einmal der Frankenweg. Besonders für mich interessant und zwar vom Hennsteig zur Schwäbischen Alb. Das ist quasi die Verlängerung vom Hennsteig. Ich habe mir überlegt, mir diese Tour nächstes Jahr vielleicht mal vorzunehmen. Hier sieht man nochmal die drei Bücher. Einmal der Frankenweg. Einmal der Fränkische Gebirgsweg. Und einmal der Kelten Erlebnisweg. Der scheint auch sehr cool zu sein. Mal kurz reingelinzt. Werde ich mir das Wochenende über jetzt mal zu Gemüde führen. Und dabei hat er noch teilweise so kleine Mini-Lockbücher beigelegt. Finde ich sehr gut von ihm. Vielen Dank dafür. Denn ich bin ja eben auch ein breites Szenierter Geocacher. So, das war auch erstmal wieder das Wort zum Samstag. Vielen Dank fürs Hallenschauen. Euer Franco Ranger.